Floh im Ohr, 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 yeah. Ein flohstarkes Hallo. Ja, heute habe ich wieder mal ein Lied von meinem Album Flohstarker Hits für Kita Kids. Und zwar Rassel, Rassel, Kling. Und das Lied sagt es euch schon. Ach wunderbar, jetzt setzt sich der Gizmo hier hin. Ist das nicht süß? Ja, er mag anscheinend auch meine Lieder. Ja, es heißt Rassel, Rassel, Kling und ist eigentlich auch für ganz kleine Kinder geeignet. Ihr könnt es zu Hause machen oder in der Kita oder der Früherziehung und auch schon die 2- bis 3-Jährigen können mitmachen. Mit der rechten Hand da rassel ich, rassel ich, rassel ich. Mit der rechten Hand da rassel ich, rassel, rassel, rassel. Mit der linken Hand da klingel ich, klingel ich, klingel ich. Mit der linken Hand da klingel ich, klingelingeling. Rassel, Rassel, Klingeling Mit der rechten Hand da patsche ich, patsche ich, patsche ich Mit der rechten Hand da patsche ich, patsche, patsche, patsch Mit der linken Hand da klopfe ich, klopfe ich, klopfe ich Mit der linken Hand da klopfe ich, klopfe, klopfe, klopf Wenn ich beides nun zusammen mach, gib fein acht, schön im Takt Patsche, patsche, klopf, 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 patsche, patsche, klopf Ich hoffe euch, das Lied hat euch gefallen. Ihr braucht wie gesagt nur eine Rasse, klingeln und entweder einen Tisch. Man kann natürlich auch auf dem Boden klopfen, aber da ich auf einem Teppich sitze, wäre das jetzt sehr ungünstig gewesen. Und nicht vergessen, ein Floh im Ohr lauert überall. Tschüss, macht's gut. Schenke unserem Floh dein Abo, das wäre absolut flohstark und besuche unbedingt unsere Website www.flohimohr.tv Wir freuen uns auf dich.